Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Kimmelko, mit der 32. Folge von Dark Souls 3. Mein Dickband macht sich jetzt auf den Weg. Äh, nein, 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 nein. Ach Gott sei Dank. Guten Tag, Fettband unterwegs. Ah, ich brauche echt eine bessere Waffe. Oh. Ich bin der Dickband. Hi. Ich bin der Dickie. Okay. Bei mir kracht alles ein. Ach, die Brücke lebt wieder. Cool. Hm. Die Frage ist, ob ich nochmal da reingehen soll. Oh, no. Okay. Das war's. Das war's. High five. Mich war's doch neugierig, was da hinten so ist. Das ist ja nicht geschützt. Das war's. 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 Da muss ich ja echt aufpassen, was mir auf dem Kopf fällt oder what. Kann das Ding auch mal ein bisschen leiser rollen? Nein. Na, mir juckt die Nose. Könnt man kurz warten? Äh, danke. Äh, zu gütig. Ist das nicht ein bisschen schwer mit dem Rad? Äh, zu gütig. Oh, Mann. Voll runter. Äh, hallo? So, Fleisch fressen ist etwas, kannst du mal... Aha! Ihr kriegt mich nicht! Meine Woche braucht den nächsten Upgrade, ohne Witz. Feuer ist unbesiegbarer bei Rollen auf Kostenbedarf, ja. Okay, also ich dachte... Hinten mal ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Naja... Könnte aber noch werden. So... Mhm... Ich will nicht wissen, was jetzt für ein Gegner kommt. Ja... 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 Glut! Ja... Mal gucken... Warum gefällt mir das überhaupt nicht? Das gefällt mir ganz und gar nicht! Ja... Ja... Warum? Ein comedian... Ja! � Wow! Meine Fresse! Okay. Natürlich ruft er gehilfen. Okay. 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 Nein, dann schützt er jetzt. Hau den anderen raus. Los, komm. Hau den anderen raus. Gib mir den anderen Arm. Gib mir das Patschepötchen. Hau den anderen raus. Gib mir das Patschepötchen. 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 Wie konnte ich das beim ersten Mal schaffen? Wie? 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 Ich glaube ich hätte mehr Glück als Verstand. Ja, Ruhe geschafft. Wer ist bocken? Du tolle Aussicht voraus. Zeit für Fähigkeit. Lass erscheinen, Hülle. Sieg aber der wahre Kampf beginnt. Prost. Vorsicht vor dem Mond. Vision von tollen Aussichten. Alles klar. Da leben Kreaturen, mit denen möchte ich noch nichts zu tun haben. Alter. Hier geht's nicht weiter. Versuch vorzustoßen. Das sieht echt geil aus. Bring eine Puppe, um passieren zu dürfen. Äh, hi, Große Eidechse. Scheiß Eidechse. Scheiß Eidechse. Scheiß Eidechse. Hm. Ich will nicht die ganzen Seelen schon wieder verlieren. Einsam. 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 Einsam werde ich untergehen. Einsam. 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 Was für eine scheiß Puppe. Was für eine scheiß Puppe. Was für eine scheiß Puppe. Das war ich jetzt. Was für eine scheiß Puppe will er jetzt. Was für eine scheiß Puppe. Weißt du von mann was er redet? Also mal sehen, sehe ich jetzt schon wieder Fujikato, ne? Was für eine scheiß Puppe meint der denn? Ja, Dragonborn, blablabla, was für eine scheiß Puppe meint der? Alter, was für eine Puppe? So komme ich garantiert jetzt nicht weiter, scheiße, Scheibenkleister, fuck. Versuch vorzustoßen. Hm. 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 Was? Hier eine Puppe. Was für eine Puppe meint die denn? Ich bin ja auch heute die Aufnahme ist schon okay, wir sind ja über 20.000 am Arsch, yeah. Gott sei Dank. Ach so, ich habe vergessen, wie viel mal, dreimal? Ja. Warte. Äh. Eins, zwei, bereu. In dem Sinne, sag ich dir mal, so gut, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Gemaniko, raus. Tschüss. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts, rechts auf der Säule, ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal, lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit, ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, sag gut, ciao, bis zum nächsten Mal.